Ja, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe der Wendezeit hier aus den Räumen des Deutschen Bundestages. Unser Thema heute lautet Rechtsstaat in Gefahr, Andersdenkende unter Feuer. Dazu haben wir wie immer zwei externe Gäste eingeladen und zwei Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag. Wir begrüßen zum einen den Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Moser. Sie sind Gründungsmitglied der Anwälte für Aufklärung e.V. und waren bis 2022 Deutsch Schatzmeister. Sie sind weiterhin Mitglied. Regelmäßig verfassen sie Artikel und Kolumnen für Epoch Times, vorleblich auf den Gebieten Gesellschaft, Kultur und Philosophie. Sie legen den Schwerpunkt dabei auf die Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, des Individuums als Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft. Schön, dass Sie heute den Weg aus Düsseldorf nach Berlin gefunden haben. Vielen Dank. Als weiteren Gast begrüßen wir Herrn Björn Lars-Oberndorf. Sie sind geboren im Ruhrgebiet. Sie sind Politikwissenschaftler, Polizist und Kriminologe. Seit Corona engagieren Sie sich bei den Polizisten für Aufklärung e.V. und Sie sind aktuell der erste Vorsitzende. Auch Sie sind heute aus dem Ruhrgebiet angereist, hier nach Berlin in den Bundestag, um mit Abgeordneten zu diskutieren. Herzlich willkommen in Berlin. Vielen Dank. Da begrüßen wir auf Seiten der Abgeordneten das jüngste Mitglied der AfD-Fraktion, Herrn Jan Schmidt aus Sachsen-Anhalt. Herr Schmidt, Sie sind, Sie haben vier Berufe gelernt. Industriekaufmann, Einzelhandelskaufmann, Handelsfachwirt und Industriemeister. Da können sich die Grünen eine Scheibe von abschneiden. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind im Landtag gewesen in Sachsen-Anhalt und 2021 zogen Sie hier über die Landesliste in den Bundestag ein. Schön, dass Sie heute dabei sind. Danke. Und als Gastgeber der heutigen Runde begrüßen wir das Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Dr. Rainer Rotfuß aus Bayern. Sie studierten Geografie, Sie promovierten und haben sechs Jahre eine Juniorprofessur an der Universität Tübingen innegehabt. Dann haben Sie dem Universitätsbetrieb den Rücken gekehrt und waren selbstständiger Berater, unter anderem im Bereich der Geopolitik. Sie sind Mitglied im Kuratorium der AfD-Nan-Desiderius-Erasmus-Stiftung und erster stellvertretender Sprecher im Landesverband Bayern. Herr Dr. Rotfuß, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, unser Thema ist der Rechtsstaat. Und da möchte ich gleich an den Rechtsanwalt die erste Frage richten. Warum ist der Rechtsstaat so wichtig? Der Rechtsstaat ist wichtig, weil ja jeder von uns sich frei entfalten möchte. Und jeder von uns deshalb auch darauf angewiesen ist, dass er Recht bekommt. Das heißt, er braucht eine Rechtsordnung und er braucht auch die Organe, die dazu in der Lage sind, ihm sein Recht zu verschaffen. Und sobald eines davon in Gefahr gerät, hat jeder natürlich die Gefahr, dass er in seinen Grundrechten, die ja nun auch in unserem Grundgesetz verbrieft sind, beschnitten wird. Das darf zwar in gewissem Rahmen immer der Fall sein, wenn man ein Gesetz verabschiedet oder wenn man polizeiliche Maßnahmen beispielsweise ergreift. Aber es hat seine Grenzen. Und heute muss man sich die Frage stellen, ob diese Grenzen möglicherweise zu eng gezogen werden, beziehungsweise also der Kernbereich in Gefahr geraten könnte. Herr Ohrendorf, Polizei und Recht, wie hängt das zusammen? Können Sie das mal so erläutern aus der Sicht eines Kriminologen? Sehr gerne. Also ich bin ja Kriminologe, Polizeiwissenschaftler und ehemaliger Polizeibeamter. Und natürlich ist es so, dass nicht nur die Polizei auf dem Boden des Rechts und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen muss, sondern sich auch der Bürger darauf verlassen können muss, dass polizeiliche Maßnahmen nach rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgen. Das heißt, wir brauchen eine Rechtssicherheit beim Handeln. Das heißt, der Bürger muss ganz genau wissen, was es erlaubt. Das ist verboten. Er muss darauf vertrauen können, dass diese Gesetze auch verfassungskonform sind und dass sich die Polizeieinsatzkräfte auch daran halten. Und deswegen gibt es natürlich eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Polizei und Recht, weil er gerade natürlich für den normalen Bürger, der Polizeibeamte, der erste Ansprechpartner ist, wenn etwas in Anführungsstrichen schiefgelaufen ist, nämlich darauf verlassen muss, dass der Polizei mit ihrem Recht und Gesetz hält. Sie sind, ich darf es hier erwähnen, Sie sind suspendiert vom Dienst oder wie ist aktuell die Situation bei Ihnen als Polizist? Warum sind Sie bei den Polizisten für Aufklärung? Also Polizeibeamte im aktiven Dienst bin ich schon länger nicht mehr. Ich bin erster Vorsitzender von Polizisten für Aufklärung. Wir haben uns im Dezember 2020 gegründet, weil viele aktive und ehemalige Polizeibeamte wie ich sich Sorgen um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen während der sogenannten Corona-Pandemie gemacht haben. Und wir haben ausgehend vom Grundgesetz die Verfassungsmäßigkeit und die Verhältnismäßigkeit halt infrage gestellt der Maßnahmen. Und als Kriminologe und Polizeiwissenschaftler habe ich viele Jahre gerade vor März 2020 für Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltung gearbeitet. Das ist aufgrund meiner, ja, kritischen Äußerungen mittlerweile sehr schwierig. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Aber als Polizeibeamte habe ich schon lange vor Corona aufgehört. Herr Rothfuss, jetzt war ja die Corona-Demo. Damals, da wurde von dem Polizisten Bundestagsabgeordneter, der Kollege Carsten Hilser, brutal auf den Boden gedrückt. Wie haben Sie das damals empfunden, diese Bilder? Was ging Ihnen vor? Ja, ich war völlig schockiert, weil ich dachte, dass man gegenüber einem Mandatsträger, der sogar seinen Bundestagsausweis vorgezeigt hat, mehr Respekt habe. Aber ich habe so das Gefühl, dass damals in dieser Corona-Zeit eine neue Strategie gefahren wurde, die Bürger wirklich einzuschüchtern. Also sie zu verunsichern und davon abzuhalten, ihre Stimme zu erheben für ihre Grundrechte. Also ich habe da eine ganz klare Taktik und Strategie dahinter erkannt und ich denke, das ging jedem Beobachter so und auch jedem, der auf diesen Grundrechte-Demos war, der dann auch sicherlich sehr erstaunt war, als auf einmal Black Lives Matter-Demos ganz problemlos durchgingen, wohlwollend begleitet wurden, Christopher Street Day, also sprich alle Woken-Bewegungen, die so in den Mainstream passen, waren auf einmal kein Problem mehr, weder in den Medien noch in der polizeilichen Begleitung. Und ja, ich denke, Carsten Hilse mit seinem Erlebnis war da irgendwie so ein Wachrüttler, das kann jedem so gehen, das kann selbst ein Bundestagsabgeordneter so gehen. Und das ist auch gleichzeitig wie das Anschlagen einer Glocke, Moment, jetzt aufwachen. Weil solche Entwicklungen sind neu in unserem Land, das gab es bisher nicht. Und genau deswegen sitzen wir auch hier, weil wir schauen wollen, was hat sich da verändert? Was sind die Trends? Wo geht das Ganze hin? Und wie können wir das stoppen? Weil, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das zu Beginn auch sich gleich mal vor Augen führt, der Rechtsstaat ist letztendlich eine Institution, die die Rechte des Bürgers schützen sollte. Und wir wachsen irgendwie so auf in unserem Land, dass wir so das Gefühl haben, naja, der Staat ist so das Machtzentrum und der Bürger muss sich da einfügen. Und wenn man Polizisten sieht, dann denkt man schon, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Und genau andersrum ist es ja. Demokratie heißt ja Herrschaft des Volkes. Und diese Grundrechte und auch die Einrichtung des Rechtsstaats ist im Grunde genommen ein Prinzip, wie es sich der Bürger, wie der Bürger vor dem Staat geschützt werden soll. Also vor einer möglicherweise totalitären Entwicklung und zu starken Übergriffigkeit des Staates. Deswegen dürfen auch bei ihm nicht alle Gewalten zusammenlaufen. Deswegen gibt es Gewaltenteilung, idealerweise, dass sie sich gegenseitig überwachen. Und deswegen sollte es auch zusätzlich noch die kritischen Medien geben, die diese Gewaltenteilung auch ständig genau beobachten und auch natürlich andere politische Vorgänge und entsprechend kritisierend eingreifen. Aber all das ist bisher aus dem Ruder gelaufen aktuell und deswegen sitzen wir hier zusammen heute. Also ich glaube auch, dass Corona sicher der Höhepunkt war. Sie sind Prozessbeobachter in einem ganz spannenden Fall bei Dr. Habeck in Bochum. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ich möchte mal das Augenmerk auch nochmal auf die AfD richten. Thema Rechtsstaatlichkeit. Herr Schmidt, die AfD wird gegründet, brucht denn nur Bailout-Klausel. Da wird aus dem Euro rausgekauft. Welche Eskalationsstufen, nenne ich es mal, haben Sie so erlebt in Ihrer Parteilaufbahn, Flüchtlingskrise und so weiter? Vielleicht können Sie auch mal eine Herleitung machen. Ja, also der Rechtsstaat ist ja an vielen Stellen deutlich gebrochen, auch auf europäischer Ebene. Es hieß immer, dass es keine Schuldenunion gibt. Die gibt es jetzt quasi. Die wurde einfach umgesetzt und die Bevölkerung konnte dort eben gar nicht mitentscheiden, sondern es wurde uns wiederum als Steuerzahler einfach aufgedrängt. Dann 2015 bis 16 die beginnende Asylkrise, wo eben wirklich viele über sichere Drittstaaten hineingekommen sind. Und auch da ist wieder die Rechtsstaatlichkeit nicht eingehalten worden. Es wurden nicht geltende Gesetze umgesetzt. Und man muss auch sagen, bei den ganzen Hunderttausenden, die illegal reingekommen sind, ist es ganz interessant, dass der eine, der alles richtig gemacht hat und richtig Asyl beantragt hat und tatsächlich politisch verfolgt ist, Edward Snowden, kein Asyl in Deutschland erhalten hat, sondern sich in dem bösen Unrechtsstaat Russland aufhalten muss bis heute. Denn nur dort konnte er sicher Asyl bekommen und er kann bis heute nicht nach Deutschland. Und das zeigt immer diese Doppelmoral, die wir immer wieder erleben, dann mit Corona, dass es noch mehr eskaliert. Da haben wir auch gleich wieder das nächste Beispiel. Demos wurden untersagt. Es hieß, an der frischen Luft wäre das Infektionsrisiko zu hoch. Deshalb kann es keine Anti-Corona-Maßnahmen-Demos geben. Und auf der anderen Seite, wenige Monate später, als dann der Krieg in der Ukraine ausbrach und es Anti-Kriegs-Demos in Moskau geben sollte, hat Putin diese Vorlage, die er aus den europäischen Staaten hatte, einfach auch genutzt und gesagt, wegen Corona Infektionsrisiko zu hoch, darf es keine Demos geben. Da sieht man auch unsere Medienlandschaft, die haben dann gleich gesagt, er nutzt Corona aus, das ist nicht rechtsstaatlich, das ist demokratiefeindlich. Wenige Monate vorher hatten wir das in Deutschland und haben unsere Medien das noch gerechtfertigt, dass das genau richtig ist. Da sieht man immer wieder die Doppelmoral. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht ist eben auch, dass wir in Deutschland zwar eine Gewaltenteilung haben auf dem Papier, aber in Wirklichkeit findet sie doch so gar nicht statt. Die Legislative besetzt doch alle anderen Gewalten und nimmt auch massiven Einfluss. Wenn ich mir das Bundesverfassungsgericht, das Oberste Richt angucke, der Präsident ist CDU-Parteimitglied und war vor seiner Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag mehrere Legislaturen dabei, hat viele Dinge mitgetragen und man sieht ja dann auch, dass vor wichtigen Entscheidungen der eine oder andere Bundesverfassungsrichter dann auch mal zum Abendessen ins Kanzleramt vorher eingeladen wird. Und da brauche ich mich doch nicht wundern, wie dann manche Entscheidungen auch stattfinden oder eben auch ausgehen. Und da muss man ganz klar eben anzweifeln, ob dieser Rechtsstaat überhaupt noch so funktioniert. Die Wahl in Thüringen, das war ja auch so ein Negativ-Highlight, wo Frau Merkel, ich glaube, aus Afrika gesagt hat, das müssen wir rückgängig machen. Wie haben Sie das damals empfunden, Herr Moser, diese Geschichte? Ich muss zugeben, es hat mich nicht überrascht. Weil ja, es ist ja schon klar, dass es eine große heilige Allianz der Altparteien gibt, die nicht möchten, dass die AfD irgendwo mal in Verantwortung kommt. Aber damals war das wahrscheinlich aus der Sicht der Altparteien die natürliche Reaktion. Obgleich man natürlich sagen muss, verfassungsrechtlich oder staatsrechtlich gesehen ist es ein absolutes Unding gewesen. Es kann natürlich nicht eine Bundeskanzlerin sich in die Landespolitik einmischen und schon gar nicht bestimmen, wer nun Ministerpräsident werden darf und erst recht nicht in welchen Wahlverfahren. Das ist völlig klar. Kommen wir nochmal zu den Polizisten. Wir haben eben den Fall gehört, wie das damals aufgefasst wurde, hier Bundestagsabgeordneter. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, was hier in Berlin passiert ist mit den Demonstranten, wie brutal man mit denen umging. Wieso machen die Polizisten das? Was ist der Hintergrund? Wenn man ist freiwillig, ist das Befehl und Gehorsam? Ist das zu viel Gehorsam? Ich möchte nochmal ganz kurz etwas anderes sagen, bevor ich da auf Ihre Frage eingehe, damit das wirklich den Zuhörern gleich am Anfang dieser Sendung bewusst wird. Es geht aus meiner Perspektive seit langer Zeit, spätestens seit März 2020, nicht mehr um Parteipolitik, sondern es geht wirklich um die Grundsäulen unseres Rechtsstaates, unserer rechtsstaatlichen Prinzipien. Das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Ich komme aus dem sehr linken politischen Spektrum, aber ich habe immer gelernt, man redet mit Menschen, nicht über Menschen. Und jetzt hat die AfD mich halt eingeladen, deswegen bin ich auch sehr gerne hier und bedanke mich dafür, um auf Ihre Frage einzugehen. Jede Berufsgruppe, das möchte ich natürlich nicht verallgemeinern, zieht bestimmte Charaktere an. Es gibt Charaktere, die sehr viel Sicherheit im Beruf suchen, es gibt Charaktere, die eine sehr starke Hierarchie brauchen und es gibt eher Freigeister. Dass man prozentual bei der Bundeswehr oder auch bei der Polizei Charaktere hat, die mit Hierarchien besser umgehen können und die eine gewisse Sicherheit suchen, das ist systemimmanent oder jobimmanent. Dazu kommt aber, nehmen wir das mal eine Gemengelage. Der eine ist vielleicht von den Maßnahmen überzeugt. Wir hatten von Anfang ein massives Framing gegen Andersdenkende. Wir dürfen ja nicht vergessen, kann man ja nachlesen unter Hashtag Ich habe mitgemacht, wie Andersdenkende von mir als Querdenker, Ungeimpfte geframed wurden. Übrigens auch von den Gewerkschaften der Polizei, auch in den Gewerkschaftszeitschriften. Wir hatten Situationen, wo wirklich Polizeibeamte, Demonstranten gesagt haben, ihr tötet Menschen. Das heißt, dieses Framing ist angekommen. Das hat natürlich einen Einflussfaktor. Dann kann es aber auch normale Einflussfaktoren geben, wie ich habe Angst, dass ich ausgegrenzt wäre oder dass ich disziplinarrechtliche Konsequenzen erdulden muss. Das haben wir auch erlebt. Nach dem Motto, bestrafe ein, erziehe Tausende. Das kennen wir aus anderen Systemen. Es kann aber auch letztendlich sein, dass ich einfach Angst habe, gerade in geschlossenen Einheiten mich durchzusetzen. Das heißt, das sind ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Aber was uns als Verein ganz wichtig ist, und das muss auch den Zuhörern klar sein, jeder Beamte in Deutschland ist für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlung vollumfänglich, persönlich, haftbar und verantwortlich. Deswegen haben wir die Demonstrationspflicht, die leider mittlerweile ein sehr stumpfes Schwert ist, weil viele Polizeibeamte mittlerweile wissen, je nachdem, in welchem Kontext es gegebenenfalls ein Fehlverhalten gibt, dass dieses Fehlverhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geahndet wird. Wir haben hochgerechnet von Professor Dockert da Singelstein, Kriminologe, haben wir im Jahr bis zu 12.000 Fälle von Polizeigewalt, die hochgerechnet sind, ein größeres Dunkelfeld, die, die zur Anzahl gebracht werden. Und statistisch erfasst werden gerade mal 2.000, davon zur Anzahl gebracht 2 Prozent und gerichtlich überhaupt verhandelt nur 1 Prozent. Und das ist aber, da gibt es eine sehr große Diskrepanz, in welchem politischen Spektrum das stattgefunden hat. Dazu können wir nachher gerne noch was sagen. Das heißt, es ist eine sehr vielschichtige Herausforderung und Problem, um die Frage zu beantworten. Darf ich da ganz kurz noch einhaken? Ich glaube, man muss auch noch fragen, gibt es denn die Polizisten? Denn das war ja eben auch so eine Beobachtung, dass auf einmal ein ganz anderer Typus von Polizist die Straßen gesäumt hat, die Demos begleitet hat, jetzt auch die Hausdurchsuchungen durchführt, wo 5 Uhr morgens die Türe eingetreten wird etc. Und das haben mir auch Polizisten in Lindau geschildert. Die haben gesagt, sie können sich damit nicht so richtig identifizieren und fragen sich manchmal, woher kommen auf einmal diese ganzen Einheiten. Ich weiß es aus der Fachliteratur, dass seit über zehn Jahren Crowd Control, also Aufstandsbekämpfung, nicht nur in Deutschland, sondern international in den westlichen Ländern, sehr stark im Vormarsch ist als eine Trainingsaufgabe, dass es also richtig geprobt wird, wie man Aufstände bekämpfen kann. Und vielleicht sind es ja diese Einheiten, die in diesem Zuge da auch langsam herangebildet wurden. Aber vielleicht können Sie da uns einfach ein bisschen mal mehr erzählen, weil das ist ja nicht der normale Dorfpolizist, der diese Demonstranten da niedergeknüppelt hat. Also ich nehme nur mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Erstes Beispiel aus Bayern, gerade aus München. Wenn ich bei Demonstrationen, wo ich anhand der Gefährdungseinschätzung, Gefährdungslage, der Analyse weiß, es sind friedliche Demonstranten und ich trotzdem da bewusst die USK-Einheiten, Unterstützungskräfte, Unterstützungseinheiten, Spezialkräfte einsetze, die unheimlich gut ausgebildet sind, die eine sehr niedrige Eingriffsschwelle haben. Wenn ich die einsetze, hat das einen Grund, warum ich die einsetze. Und dass die gegebenenfalls in der einen oder anderen Situation nur darauf warten, dass es ein vermeintliches Fehlverhalten des Demonstranten gibt, um einschreiten zu können. Die Frage muss ich mir polizeiwissenschaftlich stellen, ob nicht gegebenenfalls die Einsatzkräfte, die eingesetzt werden für die Situation viel zu über sind, auf gut Deutsch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, nehmen wir Berlin, damals noch bei den großen Anti-Maßnahmen-Demos unter Innensenator Geisel. Da haben wir sehr, sehr viele Einsatzbefehle bekommen, letztendlich. Und wenn dann schon in den Einsatzbefehlen drin steht, dass ein niedrigschwelliges Einschreiten angeordnet ist, bei den vermeintlich kleinsten Verstößen, dann setzt sich das von oben nach unten durch. Und da haben wir unserer Meinung nach eine Instrumentalisierung der Polizei, der Exekutive für politische Strömungen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, letztendlich ist der Beamte ja zur Neutralität verpflichtet. Das muss man mit einem ganz großen Fragezeichen mittlerweile versehen, ob es wirklich der Fall ist. Thema Innensenator Geisel früher in Berlin oder USK-Einheiten in München. Dazu kommt aber auch noch mal das Framing, was ich vorhin bereits erwähnt hatte. Ja, das wären jetzt schon mal drei Punkte, die ich als Beispiel dazu gerade nennen kann. Aber ich würde gerne nochmals einhaken, weil ich das so wichtig finde. Und ich glaube, auch viele derer, die auf die Straße gegangen sind, die sich diese Phänomene nicht erklären können. Ich habe Filmaufnahmen gesehen, wo ziemlich klar erkennbar war, dass es auch sogenannte Ingen-Provokateur gab, die in die Menge der Demonstranten rein sind und dann gegen die Polizisten tätlich vorgegangen sind, letztendlich auch aufgestachelt haben, wurden dann festgenommen, von der Polizei abgeführt und dann hat man aus einer gewissen Kameraperspektive gefilmt und aufzeigen können, genau diese Typen haben sich dann danach mit den Polizisten unterhalten, abgesprochen und sind wieder raus. Also da ist man doch ratlos. Was ist denn das? Also wird mit solchen Mitteln auch gearbeitet, weil man vielleicht gewisse Demonstrationen diskreditieren will, als Chaoten darstellen will. Das heißt, dass die gleiche Seite Good Cop, Bad Cop oder Bad Cop ist gar nicht als Cop erkennbar. Er wird einfach undercover eingeschleust, um letztendlich für Aufruhr zu sorgen, um diese Demonstranten, die eigentlich ein total legitimes Anliegen haben, zu diskreditieren. Ist das möglich? Wurde das jemals auch nachgewiesen, aufgearbeitet? Es wäre natürlich nicht rechtlich in Ordnung, es wäre nicht rechtskonform. Aber uns liegen auch viele dieser Videos vorher, wo man diese Frage stellen muss, die sie gerade beschrieben haben. Also es ist schon sehr auffällig, dass gerade in Berlin bei den großen Anti-Corona-Maßnahmen Demos wirklich Leute die Polizei provoziert haben. Diese Polizei wurde von Einsatztrupps oder von Gruppen der Einsatzwunderschaft dann rausgeführt und nach zwei Minuten hat man das dann sehen, andere Kammerperspektive wieder gehen gelassen. Das heißt, da ist schon die Frage, wenn es ein normaler polizeiliches Gegenüber wäre, ein Adressat einer polizeilichen Maßnahme, und man hat gegebenenfalls die Polizei provoziert, man hat sie beleidigt, vielleicht sogar geschubst, dann wird Identitätsfeststellung durchgeführt, man würde gegebenenfalls in Gewahrsam genommen werden und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann es natürlich nicht belegen, aber der Anfangsverdacht steht im Raum, dass gegebenenfalls auch bewusst damit gearbeitet wurde, um bestimmte Menschen in Misskredit zu bringen. Das hatten wir auch in vielen, vielen anderen Demonstrationen schon vor März 2020. Ich bin natürlich dabei immer sehr vorsichtig, weil ich keinen Beweis habe, aber zumindestens ist das Verhalten der Einsatzkräfte, nachdem die Person erstmal gesichert wurde und nachdem die Person in den geschützten Bereich gebracht wurde, ist aus polizeitaktischer Sicht nicht zu erklären. Und deswegen kann ich diese Frage sehr gut verstehen. Jetzt lassen wir uns mal, wir kommen gleich zur Prozessbeobachtung, aber vorher noch mal zum Bundestag blicken. Sie haben jetzt abgestimmt neulich über diesen WHO-Vertrag, beziehungsweise um eine Vorstufe im Bundestag, ich glaube, am 12. Mai war das. Wie haben Sie das empfunden und wo wird da der Rechtsstaat angegriffen? Warum ist das so gefährlich? Viele kennen das gar nicht, diesen IHR-Vertrag. Ja, also auch da ist wieder die Problematik, dass man das ähnlich wie mit der Europäischen Union hat, dass man immer mehr Autoritäten beziehungsweise Rechtsmöglichkeiten abgibt, verlagert, nach außen hinweg gibt, dass eben dann durchgegriffen werden kann und sozusagen an unserer parlamentarischen Demokratie vorbeigearbeitet werden kann. Und das ist das große Risiko. In dem ganzen Zuge muss man aber auch eins feststellen, wo es um Corona ging. Fand ich das ganz beeindruckend. Da war ich neu im Bundestag, ist ja meine erste Legislatur hier in Berlin. Und es war durch Corona die Vorschrift, dass jene, die nicht geimpft sind und auch noch nicht genesen sind, oben auf der Tribüne sitzen müssen. Alle mussten FFP2-Maske tragen. So war das auch zur Vereidigung des Bundeskanzlers und eben der Minister. Direkt danach war dann ein Empfang im Paul-Löwe-Haus. Ja, das ist, dort sind die ganzen Ausschusssäle. Und da war keine Presse mehr. So, wie man eben als ordentlicher Deutscher ist, hält man sich ja weitestgehend an die Regeln. Somit bin ich also mit FFP2-Maske da auch rüber und stehe dann dort. Auf einmal alle, die vorher im Plenarsaal waren von allen Parteien ohne Maske, ohne Abstände, ohne allem. Es hat da auch gar keinen mehr interessiert, ob jetzt auf einmal die Ungeimpften da auch rumrennen oder nicht. Selbst der Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch ohne Maske, ohne allem. Und da auch wieder, das ist dieses Typische, keine Presse mehr da, dann spielt das alles keine Rolle mehr und schon interessiert das niemanden mehr. Das ist reine Doppelmoral und das ist Show. Und mit diesem neuen Gesetz, was hier durchgedrückt werden soll, geht es eben auch wieder darum, dass man eben noch mehr Zugriffsmöglichkeiten hat und eben noch autoritärer handeln kann. Und das ist das große Problem, dass wir uns von einer Demokratie immer mehr in einen autokratischen Staat bewegen. Und wir sehen es ja auch, dass selbst bei der Opposition Unterschiede gemacht werden. Die AfD, bekommen viele Standard-Oppositionsrechte gar nicht gewährt. Sei es der Vizepräsident, die Ausschussvorsitzenden und, und, und. Teilweise werden unsere Anfragen schon gar nicht mehr richtig beantwortet. Da läuft jetzt auch eine Klage unserer Fraktion, weil eben immer wieder versucht wird, unsere Oppositionsrechte zu beschränken. Das sieht man bei der CDU, CSU oder auch bei den Linken nicht. Die kriegen ihre Oppositionsrechte. Es ist eben immer nur gegen uns. Und man sieht auch den Grund, weil wir ganz andere Sachen fordern. Ja, also wir versuchen, diese Demokratie zu retten. Wir legen halt den Finger in die Wunde. Und das ist nicht gewollt. Und das wird von diesen anderen Scheinoppositionen getragen und gedeckt. Denn wenn wir uns zurückerinnern an die Wahl in den einzelnen Ausschüssen für die Ausschussvorsitzenden, da hat sich eine CDU beispielsweise enthalten. Die hätten auch für uns stimmen können. Dann hätten sie wenigstens gezeigt, okay, wir haben unsere Oppositionsrechte bekommen. Das soll die AfD auch kriegen. Nein, sie haben sich enthalten. Das hört sich sehr unfair an. Herr Rothfuss, diesen EHR-Vertrag, wie sehen Sie den zum Thema Rechtsstaat? Ist das ein Frontalangriff oder gibt es dann keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland? Ja, also der WHO-Pandemie-Vertrag, wie er jetzt im Entwurf vorliegt und wohl im Mai 2024 beschlossen werden wird, der hebt letztendlich die Problematik nochmal auf ein ganz anderes Level. Bisher haben wir jetzt betrachtet, wie sieht es aus mit der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Wir werden da auch noch tiefer reinsteigen, wo die Defizite liegen bzw. die Angriffe auf den Rechtsstaat liegen aus unserer Sicht. Aber beim WHO-Pandemie-Vertrag geht es um eine ganz besondere Problematik. Und zwar werden entgegen diesem Gedanken Herrschaft des Volkes, Demokratie. Das heißt, das Volk wählt sich eine Regierung. Die Regierung ist beauftragt, im Interesse des Volkes dann auch die Angelegenheiten zu regeln, zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich. Wie geht man mit besonderen Herausforderungen darum? Diese Übertragung der Volkssouveränität auf die Regierung wird ausgehebelt und die Gestaltungsmöglichkeiten werden übertragen auf die WHO im Falle der Erklärung einer Pandemie. Und die kann zumindest von regionalem Ausmaß, das heißt für eine Weltregion, kann das in Zukunft seitens nur des WHO-Generalsekretärs alleine schon erfolgen. Und dann wird die Entscheidungsgewalt der einzelnen Nationalstaaten, die Mitglied der WHO sind, übertragen auf die WHO, die dann festlegt, was sind jetzt die Gegenmaßnahmen? Was sind die Präventionsmaßnahmen? Das kann dann reichen von grenzendicht für alle, die nicht nachweisen können, dass sie irgendwie getestet sind, dass sie mit irgendwas geimpft sind. Das Ganze soll elektronisch in Zukunft stattfinden. Es soll elektronisch auch zentral und interoperabel sein. Die ganzen Daten, die gesammelt werden, sollen auch zentral zugreifbar sein. Es kann reguliert werden, dass Masken getragen werden müssen, je nachdem welche Pandemie der WHO da einfällt. Es kann festgelegt werden, wie die Tests dann aussehen müssen. Da haben wir auch erlebt eben bei der letzten Pandemie, dass allein über die PCR-Tests und die Definition wie viel CT-Zyklen wurde quasi bestimmt. Das ist jetzt eine Krankheit und das ist eine Pandemie. Obwohl das normalerweise nie in der Medizin so gehandhabt wurde, dass symptomlos einfach aufgrund irgendeines Tests bestimmt wurde. Du bist jetzt krank und du hast zu Hause zu bleiben. Aber genau diese Möglichkeiten werden jetzt zentral an die WHO ausgelagert. Das heißt, selbst wenn wir Rechtsstaatlichkeit hätten, auf nationaler Ebene, die gut funktioniert, würde sich ausgehebelt und zwar auf globaler Ebene. Und das ist eben sehr besorgniserregend, weil in der Corona-Pandemie hatten wir zumindest noch die Möglichkeit zu sehen, dass Schweden einen anderen Weg gegangen ist, weil es Russland komplett ausgeschert ist. Innerhalb der USA hatten wir zum Beispiel North Dakota, South Dakota liegen direkt aneinander. In North Dakota, wo es noch etwas kälter ist als in South Dakota, sollte man denken, gut, da hat die Corona-Grippe dann noch stärker gewütet als im Süden. Aber nein, da gab es keine Maskenpflicht und da gab es keine Zugangsbeschränkungen, keine Versammlungsbeschränkungen etc. Und die Verläufe hatten sich nicht unterschieden. Es gab keinerlei Auswirkungen, weder positiver noch negativer Art. Aber all diese Vergleichsmöglichkeiten fallen natürlich weg, wenn wir jetzt diese Entscheidungskompetenzen einfach auf eine globale Ebene heben und dann alle Staaten, die noch zum System gehören wollen, dem unterworfen werden. Und wenn dann ein Staat sagt, ich schere aus, dann heißt es aber auch keine Reisefreiheit mehr für dessen Bürger. Das heißt dann sicherlich auch Bruch aller Lieferketten in das Land hinein, aus dem ist letztendlich der Weg in eine, oder es ist schon die globale Diktatur, zumindest in einem zeitlich beschränkten, sachlich beschränkten Themenfeld. Und das ist einfach erschreckend, weil wir sehen ja diese Tendenzen nicht nur im Gesundheitsbereich, wir sehen das ja in vielen Regelungsbereichen, dass immer mehr die Tendenz besteht, alles auf die globale Ebene zu heben. Und zu privatisieren auch. Und zu privatisieren das auch, weil die WHO ja eigentlich keine internationale Organisation ist in dem klassischen Sinne, dass nur zwischen den Regierungen eben die Interessen ausgehandelt werden und gemeinsam ein Interesse gehandelt wird, sondern 80 Prozent der Finanzierung stammt aus zweckgebundenen Mitteln von Staaten und von Privatfirmen, von Stiftungen, die auch wieder eigene Interessen verfolgen, die selbst wieder ihre Gelder in der Pharmaindustrie angelegt haben. Philanthropen. Philanthropen werden sie genannt, genau. Und die meiste Bevölkerung da draußen glaubt das auch, weil das Marketing eben stimmt, weil sie in den Himmel gelobt werden. Aber faktisch ist es so, und das sagen Kritiker wie Dr. Silvia Behrendt, die WHO-Rechtsberaterin war und jetzt die Alarmglockenleute, die sagen, die WHO wird im Grunde genommen zu einem Pharma-Hub. Also das heißt, Pharmakonzerne, die einen guten Zugang haben zu WHO, haben dann auch eine Chance innerhalb dieser beschleunigten 100-Tages-Frist, das hat man sich gesetzt, wo Impfstoffe entwickelt werden sollen und dann der globale Rollout geschehen sollen. Diese WHO ist im Grunde genommen ein Gatekeeper für Pharmakonzerne und legt dann fest, was sind die Präventionsmaßnahmen, also wer muss sich impfen lassen, wie wird die Impfquote dann überall global hochgetrieben. Und das ist natürlich ein Angriff auf überhaupt die Möglichkeit, einen Rechtsstaat zu unterhalten. Und deswegen müssen wir diese Thematik unbedingt ins Zielfernrohr nehmen für die nächsten Monate, bevor es zu spät ist. Sie haben neulich ein Interview gegeben bei Punkt Radowitsch, da haben Sie einen interessanten Satz gesagt. Die Polizei hat dem Bürger zu dienen, aber die Polizei wird, ich gebe es jetzt ungefähr so wieder, wird quasi missbraucht, um Interessen, ideologiegeleitete Interessen davon zu schützen. Also Stichwort Bürger werden niedergeknüppelt, Geschäftsmodelle WHO florieren und die Polizei ist quasi... Können Sie das nochmal so genau erklären, wie Sie das meinen? Also es ging bei diesem Zitat konkret um den Verfassungsschutz, den ich erwähnt hatte. Und zwar hatte ich das Beispiel genannt, das haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen, im April 21. ist ein neuer Phänomenbereich vom Bundesamt für Verfassungsschutz kreiert worden. Wir haben ja die klassischen Phänomenbereiche Links-, Rechts-, Ausländer- und Islamismus. Und da man aber während der sogenannten Corona-Pandemie die Corona-Protest-Szene nicht in diese vier Kategorien packen konnte, hat man eine neue geschaffen, die sogenannte verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, wo man also schon mal Staat mit Staatsmacht gleichgesetzt hat, was schon mal sehr interessant ist. Und in diesem Kontext hatte ich unter anderem erwähnt, dass die Frage erlaubt sein muss aufgrund der eigenen Erfahrungen und auch der Erfahrungen von vielen Vereinsmitgliedern und anderen Aktivisten in der Bewegung, ob der Verfassungsschutz wirklich die Verfassung schützt oder das Regierungshandeln. Das war ein Punkt, den ich damit meinte. Und da kann ich ganz, ganz viele Belege für anführen. Der zweite Punkt war einfach, dass ja auch nach dem Beamtenstatusgesetz der Polizeibeamte dem gesamten deutschen Volk und nicht einer Partei dient. Wenn aber logischerweise natürlich der Polizeipräsident oder der Landrat, Landrat wird noch gewählt, Polizeipräsident wird ernannt, aber natürlich schon einen Einfluss auch der Ministerien gibt, damit aber logischerweise auch wieder der Legislative über den Ursachen Wirkungskette, ist natürlich die Frage, inwiefern werden politische Vorgaben von oben nach unten weitergegeben. Und das war genau der Punkt, denn man hat ja gemerkt, gerade in der sogenannten Corona-Pandemie, es gab ja von Anfang an keine Debattenräume. Und dieses Schließen der Debattenräume war genauso intern bei der Polizei. Das heißt, Kollegen, die sich Sorgen gemacht hatten, konnten darüber nicht offen diskutieren. Und da ist der Eindruck entstanden, darauf war das bezogen, dass die Polizei auf der Straße durchgesetzt wurde für eine politische Strömung, eine politische Ideologie und eben nicht, um das Recht zu schützen und den Bürger. In diesem Kontext fiel dieses Zitat. Ja, wir haben das Phänomen ja auch damals schon beim Bilderberger Treffen gehabt. Da wurde immer gesagt, es sind private Treffen und die Polizei schützte die Treffen und der Steuerzahler hat am Ende bezahlt. Das wäre vergleichbar, ja. Das wäre durchaus, wenn wir uns auch Davos anschauen, wenn man dann wirklich sich anschaut, wer ist für die Treffen verantwortlich und wer schützt diese Treffen und wer zahlt den Polizeieinsatz, dann muss man doch schon mal Fragen stellen, genau in die Richtung gehen. Aber in diesem Kontext waren die Zitaten und wir haben nachher vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, damit im Zuhör auch wirklich deutlich wird, warum wir der Meinung sind, dass der Rechtsstaat in Gefahr ist. Denken Sie, Deutschland wird ausverkauft, Herr Schmidt? Naja, gut. Also Deutschland wird eigentlich genommen als Zahlmeister. Das sehen wir ja auch auf der europäischen Ebene. Wir sind immer diejenigen, die alles bezahlen sollen. Wir sehen es auch jetzt im Ukraine-Krieg. Europa ist es und da allen voran Deutschland, die da wieder das meiste bezahlen und nicht wie die USA das als Kredite rausgeben, wo sie das Geld schlussendlich zurückkriegen. Ja, also auch unsere Wirtschaft wird gerade effektiv abgewickelt, rückabgewickelt. Wir werden schlussendlich zu reinen Konsumenten und verlieren unseren Industriestandort. Also das sind schon große Probleme, die im Zuge der Corona, der sogenannten Corona-Pandemie in Gang gesetzt worden sind. Und jetzt über die weitere Entwicklung, gerade auch mit diesen übermäßigen Sanktionen, die eigentlich nur uns Schaden gegenüber Russland, fortgesetzt werden. Also ich komme ja aus der Region Magdeburg und wir haben ein US-amerikanisches Unternehmen, Intel, die dort ein Werk bauen wollen. Die kriegen mittlerweile zugesicherte 10 Milliarden Euro Steuergelder als Subvention bei rund 10.000 Arbeitsplätzen. Das würde bedeuten eine Million pro Arbeitsplatz. Aber da muss man auch sehen, diese 10.000 Arbeitsplätze, da sind schon die temporären Bauarbeiter für das Werk einberechnet. Und das große Problem ist, warum dieser Standort dauerhaft nicht sonderlich effektiv sein kann, sind die hohen Strom- und Energiekosten in Deutschland. Und da wird es eben auch Intel treffen. Intel fordert auch ganz klar dort nochmal separate Subventionen, um überhaupt diesen Standort aufnehmen zu können und dauerhaft zu betreiben. Und da sieht man eben, das ist ein selbstgemachtes Problem. Wir haben Sanktionen, dadurch sind die Stromkosten hoch. Wir deindustrialisieren uns selbst und das ist einfach nur noch verrückt. Und ich verstehe auch nicht, warum die Medien eine einseitige Berichterstattung bringen und immer wieder die Grünen in den Fokus schieben und nicht mal hier auch die Probleme aufzeigen, die auf unser Land hinzukommen. Weil selbst wenn wir einen Regierungswechsel haben, dann sind die Schäden so stark mittlerweile, dass das nicht innerhalb einer Legislaturperiode kuriert werden kann. Ja, das ist ja in allen Bereichen unseres Landes. Das ist im Bildungssystem, das ist in der Wirtschaft. Ja, es ist in der Verschuldung, in der Nationalstaatenbildung an sich auch schon in Europa. Also wir haben überall große Probleme, große Baustellen. Und da werden wir Jahrzehnte brauchen, um überhaupt irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Und in der Zeit geht es leider den Berg ab. Und da muss man sich fragen, ob man sich diese Krise, diese Probleme noch vergrößern will, indem man diese Regierung weiterhin mitträgt. Und ich möchte ganz gerne noch einen Punkt von gerade ergänzen für den Zuhörer, der vielleicht nicht so ganz so tief in der Thematik drin steckt. Als ich gerade den Bereich erwähnt hatte, verfassungsschutzrelevante Delegierung des Staates. Wir sprechen also wirklich von Demonstranten, die nichts anderes gemacht haben, außer ihr Grundrecht nach Artikel 8 der Versammlungsfreiheit auszuüben und die Kritik am Regierungshandeln geübt haben, die jetzt schon aufgrund bestimmter Äußerungen, die fremddefiniert wurden, in diesen Phänomenbereich reingerutscht sind. Das heißt für alle, die vielleicht denken, naja, da haben die vielleicht was Schlimmes gemacht, da wird schon Grund haben, dass der Verfassungsschutz sie erwähnt. Nein, es sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die kriminalisiert werden, die geframed werden und die nichts gemacht haben. Und vorhin ist ja auch hier schon mal erwähnt worden, das fiel mir gerade noch auf, was Sie gesagt haben, der Vergleich Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und Black Lives Matters-Demos. Ich gebe nur ein Beispiel. Polizeibeamte, oder in dem Fall war es eine Polizeibeamtin, die sich in irgendeiner Form Sympathie gezeigt haben mit den Demonstranten bei Anti-Corona-Maßnahmen, die zum Beispiel Herzchen gezeigt haben, wurden danach massiv angegangen, wegen der Neutralitätspflicht und so weiter. Wenn das Gleiche passiert ist bei Black Lives Matters-Demos, wenn Polizeibeamte gekniet haben, ist dann nichts passiert. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ein Rechtsstaat muss dafür sorgen, dass Recht und Gesetz für alle gleichermaßen gelten. Und das ist das, was wir unter anderem meinen mit Rechtsstaat in Gefahr und was wir meinen mit massiven Doppelstandards, die wir die letzten drei Jahre ganz massiv erlebt haben. Davor auch schon, aber die letzten drei Jahre wurde es sehr augenscheinlich. Und wir haben eine breite Gesellschaftsschicht aus der Mitte der Gesellschaft, die nach unserer Wahrnehmung vorsätzlich kriminalisiert wird. Jetzt habe ich das so verstanden durch den IAR-Vertrag. Supranationale Organisationen, die eben nicht staatlich, sondern privat sind, greifen auf das Staatsrecht zu, wollen sich da reinfräsen. Und Sie haben einen interessanten Fall jetzt mitgebracht. Dann gehen wir mal ganz konkret da rein. In Bochum sitzt ein Arzt, oder beschreiben Sie das auch selber, so wie ich es verstanden habe, im Gefängnis, der etwas gemacht hat, wovon er meint, das wäre richtig. Und wo er sagt, das, was vorher passiert ist, Stichwort WHO, wären kriminelle Handlungen gewesen. Vielleicht könntest du das mal ein bisschen erklären. Ja, es geht um Heinrich Habig. Das ist ein Allgemeinmediziner aus Recklinghausen. Der sitzt nun seit über einem Jahr in Untersuchungshaft in Bochum. Und er wird angeklagt in einer Vielzahl von Fällen. Also insgesamt sind es wohl 6.800 Fälle. Davon ist aber jetzt nur erst ein Teil vor Gericht. Das ist mal ein Kuriosum. Falsche Impfzertifikate ausgestellt zu haben. Also Impfverscheinigungen für Covid-19-Impfung ausgestellt haben, ohne tatsächlich zu impfen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das eine Angelegenheit ist, die in Anbetracht der Zeit, die hinter uns liegt, also die Zeit der Corona-Maßnahmen und in der Impfkampagne natürlich eine große Brisanz besitzt. Denn wir haben ja zwei Komponenten damals erlebt. Nämlich einmal die Impfkampagne. Es wurden Menschen dazu mehr als ermuntert, sich impfen zu lassen. Genau das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Es wird ein massiver Druck ausgeübt, sich impfen zu lassen. Und zwar nämlich durch die Corona-Maßnahmen. Also es ging ja über die Masken hinaus. Es ging ja auch in die Berufsfreiheit hinein. Also die Menschen wurden dazu genötigt, sich um bestimmte Berufe ausüben zu können. Insbesondere im Gesundheitswesen, aber nicht nur. Auch bei den Soldaten, auch bei der Polizei sich impfen zu lassen. Wenn sie es nicht hatten, dann mussten sie ihre Berufstätigkeit einstellen. Es gab auch weitere Probleme. Es gab auch die Problematik zum Beispiel, dass wenn im Familienkreis Menschen gepflegt werden mussten, dass dann die pflegenden Familienangehörigen sich impfen lassen sollten. Oder dass wenn man ein Krankenhaus betreten wollte, einen Impfnachweis brauchte und so weiter. Ich kann gar nicht alle Einzelfälle aufzählen. Jedenfalls hat Herr Habig in diesem Gerichtsverfahren durchaus Nöte der Patienten geschildert, die ergreifend waren. Und er sagte, dass man seine Praxis aufgesucht habe, oft hemmungslos weinend an die Patienten. Und es war ein solcher Ansturm in dieser Zeit. Das heißt, es war Ende 2021 bis Januar 2022. Dann hat man ihnen die Praxis eingerannt. Es war so ein großer Ansturm. Ich habe ja schon gesagt, 6800 Fälle sind dort festgestellt worden anhand der Patientenakten. Wenn man sich das mal über diesen Zeitraum vorstellt, es kam der gesamte Praxisablauf zum Erliegen durch die Nöte der Patienten. Nun hat man ihn im Januar 2022 also verhaftet. Zunächst einmal hat man die Praxis durchsucht. Die Verhaftung kam etwas später im Mai. Und hat dort dann natürlich auch die Patientenakten sichergestellt. Und hat im weiteren Verlauf dann auch die Patienten, die aus den Akten ersichtlich waren, mit Maßnahmen überzogen. Und mit Maßnahmen meine ich, man hat um 6 Uhr in der Früh die Patienten aufgesucht mit Hausdurchsuchungen. Man hat natürlich das Impfzertifikat sicherstellen wollen, weil man es als Beweismittel benötigte. Man hat den Patienten, das war immer das gleiche Vorgehen, das hat sich jetzt im Verfahren auch gezeigt. Man hat den Patienten gesagt, wir haben euch in dieser Kartei und ihr habt jetzt die Möglichkeit, das zuzugeben. Also zuzugeben, dass ihr bei Herrn Habig wart und euch nicht habt impfen lassen und dafür aber den Schein bekommen habt. Den Schein zum Schein sozusagen. Und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr eine Einstellung gegen Auflage. Sodass man also nicht vorbestraft ist, aber nur einen bestimmten Betrag dann an Staat oder soziale Einrichtung zu zahlen habe. Wenn ihr das nicht tut, dann nehmen wir euch mit zur Blutabnahme und machen dann einen Antikörpertest. Und dann weisen wir euch sowieso nach, dass ihr nicht geimpft seid. Bei all den hunderten Patienten oder wie viele da im Raum stehen, hat man eine Durchsuchung gemacht. Es sind jetzt, und da springe ich jetzt natürlich, in dem Verfahren gegen Herrn Habig sind rund 600 Fälle angeklagt worden. Aber man hat ja 6.800 Fälle gefunden. Und da muss man sich also vorstellen, dass da auch Booster-Impfungen dabei waren. Sodass also die Zahl der Patienten ja auch nicht bekannt ist. Es ist vielleicht 4.000 oder sowas in etwa, muss ich mal schätzen. Und man muss ja auch bedanken, der Antikörpertest ist ja auch gar nicht 100 Prozent verlässlich. Darauf wollte ich kommen. Genau. Das sind ja noch mehrere Punkte. Das ist ein ganz viel wichtiger Punkt. Zuletzt einmal ist das schon so, dass allein die Patienten vor die Situation zu stellen, dass sie um 6 Uhr früh aus dem Bett geholt werden. Also derangiert sind und mit der Situation völlig überrumpelt. Das heißt, die sind schon gar nicht richtig urteilsfähig. Dann die Patienten unter den Druck zu setzen. Entweder du triffst jetzt die Entscheidung und gibst alles zu und dafür bekommst du eine Vergünstigung. Oder aber wir drehen das Eskalationsrad weiter mit dieser Blutabnahme. Das ist schon ein unter Druck setzender Zeugen, was schon gar nicht zulässig ist. Das ist eine verbotene Vernehmungsmethode mit der Folge, dass die da im weiteren Verlauf lang gewonnenen Beweismittel gar nicht verwertbar sind im Strafverfahren. Sowohl gegenüber den Patienten als auch meines Erachtens gegenüber Herrn Habig. Und dann sind wir bei dem Punkt, was wir schon sagten, dass dieser Antikörpertest gar nicht aussagekräftig ist. Und zwar aus dem Grunde, dass jedenfalls ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung gar keine Immunantwort auf eine solche Genbehandlung, wie das nun mal war, haben. Und wenn das so ist, dann kann ich einen Negativbeweis, den dieser Test ja nun darstellen sollte, gar nicht führen. Ein Positivbeweis wäre nochmal eine andere Frage. Darum geht es aber nichts. Sondern es soll ja bewiesen werden, dass sie nicht geimpft waren. Es geht nicht. Und wenn das so ist, das ist ein wichtiger Punkt nur, dann bedeutet dieser Eingriff, also diese Blutabnahme ist ja ein körperlicher Eingriff, bedeutet dann eine strafbare Körperverletzung, weil er ja gar nicht beweiskräftig war. Wenn er nicht beweiskräftig war, dann gibt es auch keine Rechtsgrundlage dafür, diesen Eingriff zu vollziehen, um einen Beweis zu sichern. Ja, und das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn das also eine strafbare Handlung war, dann sind sowohl die Beamten, die diese Anordnung der Staatsanwaltschaft vollziehen, als auch die anordnende Staatsanwältin war es in dem Fall, als auch der Arzt, der es vollzieht oder die Mediziner, die Labormedizinerin sind dann natürlich strafbar. Normalerweise, wenn man das durchsetzen kann. Und was ganz wichtig ist, dass jeder auch nachvollziehen kann, Polizisten für Aufgaben beleitet den Prozess auch, wir haben bereits das polizeiliche Handeln uns angeschaut und es kam zumindest beim Prozess raus, oder zumindest besteht der Anfangsverdacht, dass die Staatsanwaltschaft ganz genau wusste, dass man mit dem Antikörpertest eben die Impfung, ob es eine Immunreaktion gab, ja oder nach, nicht nachweisen konnte. Das heißt, es steht zumindest die Frage im Baum. Chris hat es gerade schon erklärt, mit verbotenen Vernehmungsmethoden, Beweiserhebung, Beweisverwertungsverbote, ob das bewusst dennoch gemacht wurde, obwohl ich wusste, dass die Maßnahmen rechtswidrig sind. Da ist nochmal ein ganz anderes Level. Und es ist natürlich noch nicht bewiesen, aber wir haben auch sehr, sehr viele Aussagen von Polizeibeamten, die auch an diesen Maßnahmen teilweise teilgenommen haben oder sich im Dunstkreis bewegt haben, die ausgesagt haben, sie wussten, dass es das nicht nachweisen kann. Ja, und noch etwas dazu. Ich verteidige auch Patienten, insofern habe ich da auch zum Teil Akteneinsichten. Und wenn ich mir dann angeschaut habe, die Stellungnahme der Labormedizinerin zu der Frage, wie beweiskräftig ist denn nun dieser Test? Dann stelle ich fest, dass diese Labormedizin und zwar pauschal behauptet, bis zu sechs Monate könne man irgendeine Aussage treffen, also etwas nachweisen, so richtig differenziert war das gar nicht. Sie sagt aber gleichzeitig, dass die Frage, in welcher Höhe sich denn nun die Antikörper entwickeln über die Zeit, gar nicht erforscht sei. Und das ist ein Widerspruch in sich. Dem müsste jedem normalen, logisch denkenden Menschen sofort auffallen, dass also allein nach dieser Einlassung der Labormedizinerin die Beweisfähigkeit überhaupt nicht gegeben ist. Und da müsste eine Staatsanwältin oder auch ein Gericht, das hinterher den Fall zu würdigen hat, natürlich sofort aufschreien und sagen, geht nicht, kann ich nicht berücksichtigen. Man hätte aber gar nicht erst die Patienten dieser Maßnahme unterziehen dürfen. Als Nichtjurist hätte ich mal da noch eine Frage zu. Also einerseits zwölf Monate Untersuchungshaft, da gibt es doch eine Maximalzeit, die eigentlich genutzt werden darf. Also muss ja glaube ich sogar schon verlängert worden sein, ich glaube sechs Monate waren es. Und dann noch die andere Sache mit den Hausdurchsuchungen. Das muss ja eine gewisse Verhältnismäßigkeit bewahren. Wie ist da denn der Stand? Weil wegen einer Impfung, die ich vielleicht nicht erhalten habe, wo ist ja jetzt die große schwere Straftat, als sozusagen Patient, der das eben in seinem Papier hat und nicht selbst irgendwie zur Anzeige bringt. Also da finde ich das schon sehr, sehr fragwürdig, wo da die Verhältnismäßigkeit ist, dass ich noch eine Hausdurchsuchung zu Hause habe und mich da rechtfertigen soll. Um das eine schon vorwegzunehmen, dass dieses Delikt wird von den Justizverfolgungsbehörden sehr hochgehängt. Dazu komme ich gleich nochmal, aber vorweg nochmal zu der Frage, warum geht man da mit der Polizei hinein? Warum macht man eine Hausdurchsuchung, um diese Impfzertifikate zu finden? Naja, ich schließe daraus, dass wohl es eine große Beweisnot gab, unbedingt diese Impfzertifikate haben zu müssen. Weil man ja in der Praxis, in der Patientendatei nur die Namen der Patienten und das Datum des Praxisbesuchs vorgefunden hat und einen Analysebogen. Da stehen die persönlichen Daten drin, eine Einwilligung, dass man ein Gespräch führt und so weiter. Ja, vielleicht sogar, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber vielleicht sogar eine Einwilligung in den Eingriff. Aber es ist kein Beweis, dass dort tatsächlich ein Impfzertifikat ausgestellt wurde. Man könnte auch einen Hackenkehrt gemacht haben, sozusagen. Das kann man nicht beweisen, es sei denn, man hat dieses Impfzertifikat. Deshalb wollte man die Patienten überraschen, um dieses Impfzertifikat sicherstellen zu können. Denn hätten die Patienten mal die Gelegenheit gehabt, sich vernünftig rechtlich beraten zu lassen, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Zu der Schwere des Tatvorwürfes. Es gibt zunächst mal ein Grunddelikt. Das ist das Ausstellen falscher Impfzertifikate. Und das ist, egal ob man es in einem Strafgesetzbuch nimmt oder nach dem Infektionsschutzgesetz mit einer Strafdrohung von zwei Jahren belegt maximal. Aber man hat ihm hier eine Qualifikation vorgeworfen. Unter Qualifikation bedeutet Terroristen also eine Strafverschärfung bei bestimmten Tatbegehungsumständen. Und was man ihm hier vorwirft als Qualifikation ist ein gewerbsmäßiges Handeln. Es ist so, dass in der Praxis ein Schuhkarton als Kaffeekasse aufgestellt war. Und das gab es schon vor diesen Geschehnissen, also schon länger in der Praxis. Und es war denen so unstreitig, also nach allen Aussagen ist es letztlich unstreitig, sodass die Patienten frei darin waren, ob sie etwas hineintun und wenn ja, wie viel. Nun hat die Staatsanwaltschaft während der Ermittlungen eine Schätzung vorgenommen, wie tatsächlich validiert die ist, zieht sich meine Erkenntnis. Jedenfalls schätzt selbst die Staatsanwaltschaft, dass ungefähr 12.000 Euro dort in dieser Kasse gelandet sein sollen. Jetzt habe ich ja gesagt, es waren über 6.800 Fälle. Da muss man nicht lange rechnen, um festzustellen, dass das nur ein paar Euro waren, je nachdem wie validiert nur die Schätzung war, die da pro Fall zusammengekommen sein mögen. Und wenn man sich dann vorstellt, was an der Praxis kostet, an Lohnkosten, an Miete und so weiter, was da alles anfällt, dann kann das nur... Unverhältnismäßig. Unverhältnismäßig. Ja, es kann nur ein Verlustgeschäft gewesen sein. Und die Gewerbsmäßigkeit, die man ihm vorwirft, setzt voraus, dass er sich durch die Tat eine Einkunftsquelle von erheblichem Ausmaß verschafft haben soll. Oh Gott, brauche ich nicht weiter kommentieren, dass das nicht der Fall ist. Man hat aber dann eine Strafdrohung von bis zu fünf Jahren. Man hat dann, da wird es dann tatsächlich spannend, man hat also einen Deal versucht mit der zunächst vorhandenen Pflichtverteidigung im Dezember anzubahnen. Die sollte dann im Januar verhandelt werden. Dazu gab es zunächst auch Termine. Dass man gesagt hat, gegen Geständnis soll er dann eine Gefängnisstrafe bekommen ohne Bewährung von drei Jahren bis dreieinhalb Jahren. Also schon oberhalb des Grunddeliktes von zwei Jahren. Das ist schon sehr bemerkenswert, denn man hätte nach dem, was ich gerade vorgetragen habe, die Gewerbsmäßigkeit schon hinterfragen müssen. Allein aufgrund der Tatsachen, die vorgelegen haben. Da hätte man gar nicht weiter ermitteln müssen. Da reicht eine Milchmädchenrechnung dazu. Ist aber nicht gemacht worden, hat die Pflichtverteidigung also nicht gemacht und wollte sich auf diesen Deal einlassen. Es wurden sogar Geständnisse vorgetragen, die dann allerdings wieder rückgängig gemacht wurden oder jetzt nicht mehr verwertbar sind deshalb, weil letztendlich der Deal geplatzt ist und erst deshalb geplatzt, weil das Gericht und die Staatsanwaltschaft Wert in der Verhandlung darauf legen, dass ein bestimmter Zeitpunkt genannt werde, ab dem es keine tatsächlichen Impfungen mehr gegeben habe. Und das ging hin und her zunächst einmal und irgendwann verlautete dann nach Rücksprache kreuz und quer, also auch mit dem Mandanten, aber immerhin der Pflichtverteidiger, dass ab September, ich glaube Mitte September hat er gesagt, 2021 es keine tatsächliche Impfung mehr gegeben habe. Man war ja Prozessbeobachter auch zu der Zeit schon und da habe ich mich dann schon sehr gewundert, wieso man ein solches Zugeständnis macht, wenn man doch sieht, offensichtlich ist die gegenseitige Beweisnot. Man brauchte dieses Datum, überhaupt Urteile fällen zu können. Dann habe ich das klargestellt und in dem Moment ist der Deal geplatzt und da glaube ich auch schon mal vorgestellt, in dem Moment gibt es dann jetzt auch Wahlverteidiger und seitdem geht es anders. Wenn man sich das anhört, das sind ja Summen, 12.000 Euro. Man kann zumindest sagen, es ist keiner durch eine Impfung zu Schaden gekommen in seiner Praxis. Das ist ja erstmal etwas Positives. Wenn ich mir dann angucke, Herr Rothfuss, Biontech macht Milliardengewinne, es gibt zig Impfopfer. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Jagt der Staat den Falschen? Ja, definitiv. Es scheint in der Tat so, dass die kleinsten Vergehen mit einer Akribie verfolgt werden und die richtig großen systemischen Vergehen, die systemische Korruption auch einfach so unter den Teppich gekehrt wird. Ich meine von der Leyen mit ihren Impfstoffverträgen. Also, dass das nicht näher untersucht wird, dass viele Dokumente unter Verschluss gehalten werden, das stinkt zum Himmel. Jetzt kam ja auch raus in den Pfizer-Files, was alles manipuliert und gedreht wurde an den Zulassungsstudien. Und das ist also systemische Korruption, die da herausschaut. Das ist ja ein Verbrechen an der Menschheit, weil es ja wirklich die gesamte Menschheit betroffen hat. Diese Impfstoffe wurden ja, ich glaube 15 bis 18 Milliarden Dosen insgesamt, wurden ja verimpft an fast 5 Milliarden Menschen. Und das ist schon gravierend. Ich habe das auch selber auch jetzt erst vor kurzem hautnah in meiner eigenen Familie erleben dürfen, weil meine Tochter vor Gericht stand, weil sie bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen, wo sie spontan dazugekommen ist, sie hatte gerade Schule aus, hatte dann die Maske irgendwann abgesetzt, weil eh kaum eine getragen hat. Und es war an der frischen Luft und sie durfte auch die Maske absetzen, weil sie immer Kopfschmerzen hatte bis halb sechs Uhr abends meistens in der Schule, immer unter der FFP2-Maske und hatte ein Attest, dass sie, wenn es ihr nicht mehr gut geht, die Maske absetzen darf. Und sie wurde sofort vom Polizisten mitgenommen und jetzt stand sie vor Gericht tatsächlich. Sie hat einen Widerspruch eingelegt. Ich habe gesagt, so, da lernen wir jetzt mal, wie man sich gegen einen übergriffigen Staat wehrt, weil es ist einfach nicht okay, was da passiert. Und ich denke, dass es die Jugend heutzutage leider, leider lernen muss, wie man sich da wehrt. Und so saßen wir also vor Gericht und der Richter hat sich dann genau das auseinandersetzen müssen. Ich habe gespürt, wie peinlich es ihm war eigentlich, weil es wirklich peinlich ist, dass sich ein Staat mit solchen Dingen beschäftigen muss, wenn ein minderjähriges Mädchen keine Maske an der frischen Luft aufgesetzt hatte. Da musste das alles akribisch durchgehen und dann auch noch hinterfragen, ob das Attest wohl korrekt war. Und fünf Seiten Ausfertigung hatte also die Polizei damals für diesen Prozess vorbereitet gehabt. Und da sieht man, mit welcher Akribie sie stürzen auf die kleinsten Dinge, wo ein Bürger letztendlich Selbstverständliches getan hat. Und auf der anderen Seite diese riesigen Impfstoff-Deals mit nachweisbaren, gigantischen Schäden. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht reden über die Übersterblichkeit, die keiner vernünftig erklären kann. Die Medien schlagen ja Purzelbäume, um irgendwelche Begründungen zu finden, warum so viele Menschen mehr gestorben sind seit Einführung der Impfung. In Deutschland ca. 100.000, als es normalerweise zu erwarten wäre. Aber es gibt auch nachweisbare Impfschäden, die selbst bei der restriktiven Politik, wo ja fast alles unter den Tisch fällt. A wird nicht gemeldet, B wird nicht anerkannt. Diese Impfschäden sind da, die können nicht weggeleugnet werden. Und das führt zu keinerlei Überprüfung der Zulassungsverfahren. Also das ist eben auch ein ganz gravierender Punkt, wo man sagen muss, ein Rechtsstaat, der muss einen großen Konzern genauso behandeln wie ein kleines Mädchen. Und muss dann noch beurteilen, wie groß war die Schwere des Vergehens. Also auch da in diesem Punkt Rechtsstaatlichkeit ganz klar infrage gestellt, weil man das Gefühl hat, wer groß und mächtig ist als Konzern oder auch als Institution, als staatliche Institution, hat nichts zu befürchten. Der kleine Bürger steht schutzlos da. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich ganz kurz darf. Wir haben hier nicht nur keine Aufarbeitung der letzten drei Jahre. Ich meine, der Bundestag hat ja vor kurzem erst dagegen gestimmt, also zumindest die meisten. Sondern wir haben auch nicht nur keine Rehabilitierung der Anti-Corona-Maßnahmengegner, gerade auch der Beamten, sondern wir haben jetzt auch noch ein ganz massives Nachtreten. Weil die ganzen Verfahren laufen ja noch. Die ganzen Verfahren laufen. Die ganzen Leute haben immer noch teilweise Verbot der Führung der Dienstgeschäfte oder wurden suspendiert bei uns im Verein teilweise. Die Soldaten stehen immer noch vor Gericht. Wir haben immer noch die Duldungspflicht bei der Bundeswehr und so weiter und so fort. Auf der einen Seite muss ich mir anhören, wir werden uns viel verzeihen müssen. Aber gerade die ganzen Maskenaffären, die ganzen Maske, die jetzt Pfizer, BioNTech, was Sie gerade alles erwähnt haben, Ursula von der Leyen, da möchte man liebsten einen Schwamm drüber packen oder eine Decke des Vergessens. Aber bei den Menschen, die, und das muss nochmal deutlich werden, die nichts anderes gemacht haben, außer für ihre Grundrechte. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, auf die Straße zu gehen. Denn nur der Bürger kann den Staat zur Ordnung rufen. Niemand anderes. Werden noch ganz massiv verfolgt. Und Sie hatten gerade das Thema Verhältnismäßigkeit angesprochen. Wir haben ja noch ganz andere Beispiele. Wir haben teilweise Verstreckung durch Suchungsbeschlüsse unter Hinzuziehung polizeilicher Spezialeinheiten wegen Verstoß gegen das Kunsturheberrecht. Weil ein Bild gepostet wurde bei Telegram, wo man die Bildrechte nicht dran hatte. Wir hatten Hausdurchsuchungen oder Verstreckung durch Suchungsbeschlüsse in Hamburg wegen Pimmelgate, weil der Innensenator als Pimmel bezeichnet wurde. Also eine Beleidigung. Das heißt, wir haben, es entsteht der Eindruck mittlerweile, dass die Verstreckung durch Suchungsbeschlüsse bei Anti-Corona oder Maßnahmengegnern genutzt wird. Mit aller Vorsicht zur Einschüchterung der außerparlamentarischen Opposition. Und das ist etwas, was für einen Rechtsstand, eine Demokratie unwürdig ist. Wegen kleinster Delikte, also ich stelle die Theorie auf, die kann ich auch gleich, wenn wir noch Zeit haben, gerne begründen. Der Schutzbereich von Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, ist de facto nicht mehr existent, ist sinnentleert. Welche Wünsche haben Sie an die Politik als außerparlamentarische Organisation? Ja, genau der Punkt, den wir gerade versucht haben zu erklären. Dass natürlich die Politik und jetzt nicht nur die AfD, aber gerade auch die Politik, nur da passiert ja leider bei den sogenannten Altparteien nichts, wieder diese Sachen auch überprüft. Nicht nur die drei Jahre, also das, was die Legislative eigentlich tun sollte. Nicht nur, dass die drei Jahre aufgearbeitet werden, sondern dass man jetzt auch nicht noch der WHO mehr Macht gibt. Man darf nie vergessen, sie ist nicht demokratisch legitimiert. Davor ist gerade schon viel zu gesagt worden, sondern dass man auch die Menschen, die den Mut hatten, auf die Straße zu gehen und sich diesem Narrativ entgegenzustehen und die Staatsräson infrage zu stellen, wirklich auch wieder rehabilitiert. Und momentan hat man das Gefühl, dass diese Kritiker sollen wirtschaftlich vernichtet werden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, wenn Sie nach meinen Wünsche fragen. Bei mir ist am 22.03., bei meiner Frau und mir, ich bin nicht vorbestraft, ich habe keinen Punkt in Flensburg, noch nicht mal zum Knötchen wegen Falschparken. Bei meiner Frau und mir ist am 22.03. um 6 Uhr morgens, 6 Uhr 1, durch die GSG 9 der Bundespolizei, unsere Speerspitze der Antiterrorbekämpfung, ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden in einem Ermittlungsverfahren, wo ich tatunverdächtige Person bin. Zeuge, Zeuge, tatunverdächtige Person. Deswegen hat mir die GSG 9 morgens die Sicherheitsjalousie an der Terrassentür letztendlich zertrennt, Beweissicherungseinheiten haben den ganzen Block abgesperrt und es waren bis zu 25 Polizeibeamte bei mir, die das ganze Haus von links auf rechts gedreht haben. Ich wurde in meiner Küche mit Kabelbindern fixiert, meine Frau wurde in unserem Schlafzimmer durchsucht und das im Status des Zeugen. Es geht mir nicht darum, dass der Staat ermittelt im Rahmen des Kontextes, in dem es stattgefunden hat. Der Staat muss ermitteln oder die Staatsmacht, die Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, alles richtig. Aber es geht mir um die Art und Weise, wie man kann mich vorladen. Das heißt, und das ist auch der Punkt, warum ich meinte, der 13 ist sinnentleert. Und ich gebe noch ein Beispiel, wenn ich darf. Die Rechtsgrundlage für die Durchsuchung bei mir war der 103 SDPO. Den kann jeder mal gerne nachlesen. Der 103 SDPO verlangt konkrete Tatsachen, warum man davon ausgeht, dass bei dieser Person diese Beweismittel aufzufinden sind. Das heißt, ich muss was beobachtet haben. Ich muss ein Telefon abgehört haben im Rahmen einer G10-Maßnahme. Ich brauche Tatsachen, Tatsachen. Und ich habe es jetzt mittlerweile schwarz auf weiß von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Es wird schon gar nicht mehr von Tatsachen gesprochen. Ich habe natürlich alle Rechtsmittel, die uns zur Verfügung stehen, bisher ausgeschöpft. Sondern es wurde jetzt begründet, nein, das war alles rechtmäßig, sinngemäß. Da ging es um die Anzeige Rechtsbeugung gegen die beantragende Staatsanwälte und die anordnende Richterin. Denn, und jetzt passen Sie auf, es wäre nicht komplett unwahrscheinlich gewesen. Das heißt, die Voraussetzungen des Gesetzestextes sind konkrete Tatsachen für eine Auffindungsvermutung. Konkrete Tatsachen. Und jetzt schreibt die Generalstaatsanwaltschaft, es ist keine Rechtsbeugung, sinngemäß, weil es wäre ja bei der Beantragung nicht komplett unwahrscheinlich gewesen. Das muss sich der geneigte Zuhörer auf der Zunge zergehen lassen. Nicht komplett unwahrscheinlich ist alles Mögliche. Da kann ich alles Mögliche konstruieren. Sie stehen in der Kneipe mit jemandem zusammen, trinken ein Bier. Ungefähr so war das bei mir. Gegen diese Person, mit denen Sie ein Bier trinken, läuft ein Ermittlungsverfahren, davon wissen Sie gar nichts. Dieses Treffen wird observiert und irgendjemand, weil Sie bei der AfD sind oder der andere ist vielleicht bei den Linken oder der andere ist Anti-Corona-Maßnahmengegner, auf einmal kommt man auf die Idee, jetzt hat er bei Ihnen im Keller eine Bombe versteckt. Ist ja auch rein theoretisch, wäre es ja möglich. Ja, aber es wird nicht verlangt, rein theoretisch ist es möglich oder nicht unwahrscheinlich, das müssen konkrete Tatsachen. Und das ist der Grund, wir haben leider nicht so viel Zeit, der Schutzbereich von Artikel 13, gerade für Menschen, die eine bestimmte politische Meinung haben, nämlich eigentlich auch für das Grundgesetz und gegen die Meinung oder gegen Tatsache, die Maßnahmen der Bundesregierung, für die existiert de facto der Schutzbereich von Artikel 13 nicht mehr. Und das ist saugefährlich in einer Demokratie. Wenn ich da einhaken darf, ich würde es mal so auf den Punkt bringen, auch zu dem, was Sie gesagt haben. Je größer die Lüge, desto größer der Mantel, den man braucht, um sie zu verdecken und desto länger muss man auch daran stricken. Und deshalb, glaube ich, wird so viel Werft darauf verwendet, sich auf die kleinen Fälle zu konzentrieren oder zumindest auf die Fälle, die sich nach außen vor gewagt und Gesicht gezeigt haben, Farbe bekannt haben oder sogar geholfen haben, wie im Fall Habik. Denn sonst müsste man ja die großen Dinge aufarbeiten. Das darf ja nicht passieren. Erstens sind sie zu groß und zweitens sind zu viele darin verstrickt. Übrigens auch leider in der Justiz, denn die Justiz hat in den letzten Jahren ja sehr viele Urteile gefällt, die eben auch nicht richtig gewesen sind, wenn man nun im Nachhinein die Pandemie mit anderen Augen betrachtet. Und Herr Habik sitzt ja nun, ich hatte schon seit über einem Jahr in Haft, da war Ihre Frage, ist das überhaupt in Ordnung? Es gibt tatsächlich eine Begrenzung auf sechs Monate standardmäßig für eine Untersuchungshaft. Und wenn derjenige länger in Haft bleiben soll, dann muss es dafür zwingende Gründe geben. Insbesondere natürlich kommt da Fluchtgefahr in Betracht, also einmal die Schwere des Tatverwurfs, aber dann eben Fluchtgefahr, das hat die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft. Und die ist aber hier nicht mehr gegeben, denn er hat keinen Ausweis mehr, er hat kein Geld mehr, man hat ihm alles abgenommen, die Praxis ist dicht, er muss selbst die Verteidigung jetzt von Spenden bezahlen, die nun vom weißen Kranich aufgerufen werden. Und trotzdem bleibt er im Gefängnis. Allein, das mutmaße ich mal, wenn ich mir das anschaue, wohl aus dem Kalkül, selbst dann, wenn er freigesprochen wird am Ende, hat er jedenfalls mal mindestens ein Jahr gesessen. Also das muss dann schon sein. Und es ist auch so, das Verfahren wurde ja angestrengt und man hat auf diesen Deal hingewirkt, der ja nicht vorteilhaft war, wie ich es ja geschildert habe. Und nun ist es so, dass jetzt also eine Wahlverteidigung am Ruder ist, das habe ich ja schon erwähnt, und diese Wahlverteidigung nun die ganzen Dinge zur Sprache bringt, die uns auf den Nägeln brennen, also gab es überhaupt eine Pandemie, ist diese Impfung jetzt schädlich gewesen? Waren die Patienten unter Druck? Hat er ihnen vielleicht geholfen? Könnte das vielleicht Notwehr sein? Das sind natürlich Dinge, die möchte das Gericht haben, das kann man sich denken nicht gerne hören. Und das haben wir tatsächlich so einen Fall, und der ist recht selten, der ist schon fast kurios insofern, dass das hier das Verfahren von dem Staat selber angestrengt wurde, um nun zu zeigen hier, dass jemand, der Impfausweise fälscht, der sich also dem Impfnarrativ entgegenstellt und den Patienten hilft, das ist also ein Verbrecher, und den müssen wir maximal bestrafen, der bekommt ja in einem Deal dreieinhalb Jahre ohne Bewährung, und das ohne Vorstrafe. Jetzt ist es so, dass sich aber nun eine Bühne bietet dafür, jetzt mal aufzuarbeiten, was denn nun tatsächlich gewesen ist. Und das ist natürlich etwas, was dann hin nicht sein durfte, wenn ich mal vergleiche, wie es sich mit Strafanträgen verschiedenster Art verhält, die nun versucht wurden anzubringen gegen Verantwortliche damals, die sind ja alle abgeschmettert worden, weil, salopp gesagt, eine Krähe der anderen nun mal kein Auge aushackt. Nur hier ist das Verfahren ja vom Staat selber angestrengt worden, und da ist der Schuss wohl etwas nach hinten losgegangen. Und dementsprechend sieht dann auch die Prozessführung des Gerichtes aus, denn das ist nach meinem Dafürhalten hochbefangen. Das sage ich durchaus bewusst, weil ich bin ja normalerweise jetzt zurückgehalten mit solchen Einschätzungen, aber hier ist es offensichtlich, das sieht man rein äußerlich am Verhalten, das sieht man aber auch wirklich am Prozessverhalten. Denn es ging schon damit los, dass der Verteidigung die Protokolle der zurückliegenden Verhandlungen nicht ausgehändigt wurden. Das ist eine eklatante Verweigerung der Möglichkeit zu dem Prozessstoff. Und da kann man nichts gegen machen als Anwalt? Ja, das ist der Punkt. Das ist generell der Punkt, den kann ich jetzt schon dann vorgreifen aufgrund der Frage. Die Verteidigung und damit letztlich auch der Bürger hat bei so einem Prozessverlauf gar nicht mehr die Möglichkeit zum Recht zu kommen, weil die entsprechenden Organe sich sträuben. Also es sind ein Dutzend Befangenheitsanträge gestellt worden, alle abgeschmettert auf jeder zur Verfügung stehenden Ebene. Die Protokolle sind bis heute nicht ausgehändigt worden. Es wurden Beweisanträge gestellt zur Vernehmung sachverständiger Zeugen zu der Frage, ist die Impfung schädlich gewesen insbesondere? Und war denn dieser Bluttest, über den wir gesprochen haben, denn aussagekräftig oder nicht? Der wurde abgeschmettert durch das Gericht mit der Begründung, man dürfe keinen bestimmten Sachverständigen benennen. Das muss man sich mal vorstellen, auf der Zunge zergehen. Ich meine, immerhin haben sie es wohl nicht übers Herz gebracht, reinzuschreiben, dass das offenkundig sei, was man ihm vorwirft. Also so weit wollten sie da anscheinend nicht gehen. Das steht da nämlich nicht drin. Stellen, wer Böses dabei denkt. Ja, aber es wurde dann mit der Begründung abgelehnt, kein bestimmter Sachverständiger, was meines Erachtens haarsträubend ist. Man wollte offensichtlich keine entsprechenden Sachverständigen hören, die etwas sagen könnten, was denn den immer noch aufrechtzuerhaltenden Narrativ widerspricht. Ich habe hier ein Zitat, wo steht, man freut sich quasi schon als Anwalt von Herrn Habeck, dass die Fußfesseln, er ist mit Handschellen und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt worden, dass die Fußfesseln abgenommen wurden. Das war schon ein Erfolg. Und ich wollte, richtig, da hat man sich schon drüber gefreut, auch wenn ich kein Anwalt bin, aber ich wollte ja gerade, weil Rechtsstaat in Gefahr anders denkt unter Feuer. Noch ganz kurz, wenn ich darf, drei ganz kleine Beispiele, die genau in diese Richtung gehen, damit das wirklich jedem deutlich wird. Ich hatte, wir müssen ja überlegen, auf welche Sprache die letzten drei Jahre gewählt wurde. Ob man Ungeimpfte als Afgaiher der Pandemie bezeichnet hat oder Blinddarmfortsatz, kann man nicht an Madagaskar verfrachten und so weiter. Jetzt haben wir den 126a, der ist neu im Strafgesetzbuch, das Gefährdende verbreiten personenbezogener Daten. Gegen diese Menschen, die diese Äußerungen damals getätigt haben, haben wir ganz viele Anzeigen erstattet. All diese Anzeigen wurden von der Staatsanwaltschaft nicht verfolgt. 152, kein Anfangsverdacht, SDPO. Aber die Person, die diese Aussagen gesammelt hat und die eingestellt hat unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht, wird jetzt verfolgt wegen dem verbreiten personenbezogener Daten. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, der 188 StGB, das ist die Beleidigung gegen Menschen im politischen aber öffentlichen Leben, wird jetzt ganz oft genutzt bei Äußerungen zum Nachteil von Herrn Lauterbach oder Annalena Baerbock. Da kann ein Verdacht entstehen, warum das genutzt wird. Drittes Beispiel. Wir haben ganz viele Anzeigen erstattet wegen 130 Volksverhetzung. Um ein Beispiel zu sein, was die meisten Leute gar nicht kennen. Der SWR, Öffentlich-Rechtlicher, hat über Funk, die sich speziell an junge Leute wenden, hat bereits 20 ein Spiel rausgebracht, das heißt Play Corona World. Kennen die meisten gar nicht, ist immer noch online. Da spielt man eine Krankenschwester. Man muss auf dem Weg von der Arbeit zum Einkaufen muss man Infizierte platt machen. Man muss Infizierte platt machen. Partypiebel, Prepper, Kinder und so weiter. Die muss man platt machen. Dafür kriegt man Punkte. Das haben wir als Verein angezeigt wegen Volksverhetzung. Antwort kam, kein Anfangsverdacht ist Satire. Man stelle sich vor, so ein Spiel wäre im leicht anderen Kontext zu einem anderen Thema rausgebracht worden. Zu Recht wäre eine Anzeige erstattet wegen Volksverhetzung, der nachgegangen wäre. Und das ist das, was ich immer dazu noch sagen möchte. Wir haben massivste, massivste Doppelstandards. Und jeden, der sich dafür interessiert, kann ich nur ein Buch empfehlen. Das heißt Der Doppelstaat von Ernst Schrenkel. Da geht es darum, wie in einem System ein Normenstaat und ein Maßnahmenstaat parallel existieren. Das System, die Staatsmacht, die das Gewaltmonopol hat, hält sich an den Normenstaat, wenn es einem Narrativ und der Staatsräson dienlich ist. Wenn es aber nicht dienlich ist, verfällt man in den Maßnahmenstaat. Das kann jeder gerne mal lesen, dieses Buch von Ernst Schrenkel, der Doppelstaat. Und das, was jetzt Chris und ich gesagt haben, oder auch die beiden Bundestagsabgeordneten, sind ja nur ganz wenige Beispiele der letzten drei Jahre. Und auch jetzt als Blick in die Zukunft. Das heißt, man kann, glaube ich, sehr wohl diese Frage beantworten. Rechtsstaat in Gefahr, anders denken unter Feuer. Und da könnte man noch Bücher mitfüllen mittlerweile. Was es da alles noch für Beispiele gab. Und wir haben uns an viel zu viele rechtswidrige Maßnahmen in den letzten drei Jahren gewöhnt, die man kaum mehr zur Kenntnis nimmt. Beispiel Platzverweis, wo man eine konkrete Gefahr für braucht, um das zu machen. Das wird ja fast inflationär mittlerweile angewendet durch die Polizei. Und ganz wichtig ist mir als erster Vorsitzender von Polizisten für Aufklärung. Wir bauen ja Brücken. Ich möchte natürlich nicht, dass das auf alle Polizisten verallgemeinert wird. Es sind immer ganz, ganz viele verschiedene Einzelschicksale. Wir haben auch viele Polizisten, die einen super Job machen. Dennoch muss ich immer wieder daran erinnern, dass jeder Beamte für die Rechtmäßigkeit seiner Maßnahmen vollumfänglich persönlich verantwortlich ist. Und gerade der Exekutive, gerade den ständigen Waffenträgern kommt in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung zu. Und man sollte über das eigene Verhalten vielleicht mal nachdenken. Um es nochmal augenfällig zu machen, wie wir in einem Maßnahmenstaat leben statt einem Normenstaat. Vielleicht die letzte Wendung also zum Habig-Fall. Es ist also so, dass das Gericht sich auch nicht dazu schade ist. Nur 200 Fälle, die bereits nach Meinung des Gerichtes ausverhandelt seien. Also man hat dort die Vernehmungen durchgeführt, abzutrennen aus dem Verfahren und darüber ein Teilurteil zu erlassen. Wer Jurist ist, der wird sich sehr wundern. Nicht-Jurist vielleicht auch, aber man kennt Teilurteile aus dem Zivilrecht. Da gibt es das. Im Strafrecht gibt es das nicht. Und es kann es auch gar nicht geben, weil nämlich eine Tat im prozessualen Sinne insgesamt betrachtet werden muss. Und hier haben wir jetzt mit einer Tat im prozessualen Sinne zu tun, weil sie von einem Gesamt-Tat-Entschluss getragen ist. Nämlich diese falschen Bescheinigungen dann auszustellen, wenn der Vorwurf stimmt. Und jetzt löst man also 200 Einzeltaten davon heraus und möchte da schon mal das Exempel statuieren. Und das geht nach der Strafprozessordnung gar nicht. Das heißt, das Gericht setzt sich über die Strafprozessordnung hinweg, weil es denn meint, und so ging das eben durch die örtliche Presse, dass denn also die Wahlverteidigung Krawall mache und man wolle das jetzt unterbinden. Das nur mal zur Veranschaulichung des Maßnahmenstaates heutzutage. Mit Blick auf die Uhr vielleicht das Schlusswort, Herr Rothfuß. Ja, ich wollte auch nur noch mal ganz deutlich sagen, wir dürfen diese einzelnen Fälle ja nicht vergessen, die jetzt vor Gericht stehen oder die jetzt in den Gefängnissen sitzen. Dr. Habeck ist da ein Beispiel. Aber es gibt viele weitere und wir sollten die wirklich würdigen. Es ist nicht nur Julian Assange, Edward Snowden, mit dem hatten wir angefangen. Es sind wirklich einzelne kleinere Kämpfer, die jetzt im Gefängnis sitzen. Johanna Findeisen, zum Beispiel Landesvorstand der Basis in Baden-Württemberg, sitzt im Gefängnis. Jemand, der mit mir zusammen in einem Kreisvorstand war in der AfD, sitzt im Gefängnis. Er hatte Vorträge gehalten über die fehlende Souveränität des deutschen Staates. Das ist freie Meinungsäußerung, sollte eigentlich normalerweise toleriert werden. Ansonsten war ja ein ganz normaler Handwerker, hat seine Steuern bezahlt, ein unbescholtener Mensch. Und ich versuche seit Monaten ihn zu besuchen, aber selbst seine Frau darf ihn nur zweimal im Monat besuchen. Und Johanna Findeisen, es ist mir nicht gelungen, zu ihr Kontakt aufzunehmen. Wir waren davor im Gespräch gewesen über Friedensinitiativen, über gemeinsame Veranstaltungen zwischen der AfD und der Basis. Und sie war tätig gewesen auch im Bereich der Aufklärung von ritueller, sexueller Gewalt gegen Kinder. Sie hatte mir berichtet davor von einer Polizeidurchsuchung in ihrem Haus, wo sie gesagt hat, ihr ist ganz klar geworden, die waren hauptsächlich hinter diesen Unterlagen hier, die sie aber ausgelagert hatte in ein anderes Haus. Das sind einfach solche Fälle, die können einem Angst machen, aber sie sollen uns keine Angst machen. Sie sollen uns stark machen, sie sollen uns zusammenschweifen, dass wir wirklich verstehen, wir müssen jetzt zusammenhalten und müssen den Staat in die Schranken weisen. Und nicht der Staat, uns Bürger, die wir einfach nur für unsere legitimen Freiheits- und Grundrechte eintreten. Und ich bin da dafür, dass wir wirklich auch mal alle Fälle zusammentragen. Ganz zentral der Menschen, die jetzt vor Gericht stehen, die damals für unsere Freiheit aufgestanden sind, auf die Straße gegangen sind, dass nicht ein Signal des Schreckens ausgeht, denn das scheint wohl die Intention zu sein, für zukünftige Gefahrensituationen die Menschen dann einzuschüchtern, dass sie nicht mehr aufstehen, sondern sie stark zu machen, dass eben jeder sieht, ich kann mich auch aus dem Fenster lehnen, und ich werde nichts vergessen werden. Und das ist genau der Punkt, ich gebe Ihnen vollkommen recht, der Anfangsverdacht entsteht oder besteht, gerade durch diese massive Verstreckung durch Suchungsbeschlüsse, wie auch bei mir. Es ist ein vermutlich bewusstes Einschüchtern der Auswahl der Opposition und es sind klassische Ausforschungsdurchsuchungen, weil bei mir steht der Verdacht im Raum, dass man an Daten vom Verein Polizisten für Aufklärung kommen wollte. Und solange mir keiner das Gegenteil beweist und mir nicht erklärt, warum diese Maßnahme angeblich wichtig für das Strafverfahren ist, in dem ich Zeuge bin, werde ich von dieser Meinung auch nicht abweichen. Insofern gebe ich Ihnen da vollkommen recht. Und auch all die anderen dürfen wir nicht vergessen. Ja, ich denke mal, dabei sollten wir es belassen, im Sinne auch der Opfer dieser Maßnahmen. Und ich denke, wir werden noch eine zweite Runde hier in Berlin veranstalten. Ich danke Ihnen an dieser Stelle erstmal, dass Sie gekommen sind, für die spannenden Eindrücke und tragen Sie es ins Parlament. Und einen schönen Abend, liebe Zuschauer.